Die Musik ist überhaupt nicht laut! Ah ja, so mag ich das! Okay, ich werde den Button pressen, um das Survival Guide zu eröffnen. Wir spielen kein Minecraft, sondern heute leben via Minecraft. Es sieht schön aus, es sieht wirklich, wirklich schön aus. Und es ist im Endeffekt wie Minecraft, es funktioniert aber nicht wie Minecraft. Okay, können wir machen, kein Problem! Okay, es ist wie Minecraft, ich korrigiere mich. Es sieht wirklich aber schön aus! Ich will aber die Kokosnuss nicht anklicken! Jetzt haben wir die Kokosnuss gegessen, ich sollte sie doch trinken! Ich fühl mich schwänzig in dieser Welt! Guck da das Wasser an! Wir können tauchen! Nein, doch! Also ich finde ja, wenn der rote Haare hätte, dann hätten wir auf jeden Fall Ähnlichkeit, oder? Hallo, ich finde das sieht wunderschön aus! Okay, da hinten schwimmt eine Kiste, die schwimmt davon! Die holen wir uns, die gönnen wir uns! Wenn ihr Bock habt, dass ich dieses Spiel mal öfter spiele ohne Scheiß, dann lasst einen dicken Daumen nach oben da! Dann gucken wir uns das an, weil das scheint ein Story-Game zu sein! Es scheint wirklich ein Story-Game zu sein, was man wirklich durchspielen kann! Oh! Wir haben einen Bogen! Oh! Ich habe einen Pfeil verschossen! Ich will mal in den Land hier rüber, würde ich sagen! Gucken wir mal, was das schön ist! Ich habe es getötet! Ich habe ihn getötet! Liebes Wildschwein! Ein Backpack! Etwas, was bis heute in Minecraft nicht existiert! Dieses Spiel ist, glaube ich, Early Access! Und es hat jetzt schon ein Backpack! Oh, eine Kiste! Da können wir Sachen reinpacken! Wie geil ist das denn? Ich habe eine Kiste! Hey, Sachen reinlagern! Ah, Leute! Ich glaube, hier kann ich es mir gemütlich machen in dieser Welt! Ein Hüt! Also, das sieht ein bisschen ähnlich aus zu einem gewissen anderen Spiel! Ein bisschen exakt das Gleiche! Oder? Was meinst du, Hütchen? Oh! 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 Hey! Oh! Oh! Banco! B mates Tut mir leid Tut mir leid I'm sorry Das ist halt so a scheiße Level up? Was? Es gibt Level? Wir craften uns jetzt erstmal ein Crafting Table. Also das hier mit dem mit dem Eintrittsproven ist echt noch verwässerungswürdig, muss ich schon sagen. Ein Crafting Table. Können auch eine Pickaxe passen, richtig? Ah Mensch, wer hätte es erwartet? Es wird dunkel. Äh, äh, äh. Scheiße, lauf schneller. Wir gehen in die Höhle. Mit Sicherheit. Kohle, 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 Kohle. Oh no. Oh no. Warten wir uns doch ein Crafting Table. Again. Wir haben ein Steinschwert. Woo. Hallo. Hallo. Mag die Musik nicht. Ich fühle mich wie mein erstes Mal Minecraft. Warni, was ist hier los? Weißt du das? Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe Angst. Und es ist auf einmal so still. Komm mit mir mit. Komm, wir gehen zusammen. Ich habe mir nicht so viel Angst, wenn du mitkommst, ja? Hallo. Also große, hier ist es gar nicht. Weil hier ist ja gar nichts. Was war das denn? Was war das denn? Da war die Höhle getötet. Aber von was? Da ist etwas. Hallo. Hey, geh nicht ins Wasser. Oh nein, es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Es hat nur... Hallo. Es geht. Komm, wir sind teilt. Uh. Okay, es geht. Ich dachte, ihr kommt sonst was für ein Horror-Vier auf mich zu. Okay. Ich habe das Spiel verstanden. Wir machen uns hier in meiner Höhle gemütlich. Wir überleben das. Wir haben überlebt, Schweine. Uh. Es ist Tag. Komm, Schweine. Wir gehen da in die frische Luft. Die Sonne geht auf. Es ist schön. Wir gehen erstmal so richtig schön hier am Morgen ohne Schwimmen. Hi. Wie geht es dir? Gut geschlafen? Es freut mich zu hören. Ja, den Kindern geht es auch gut. Ja, und wie geht es deiner Frau? Was? Nein, wirklich? Anna. Das hätte ich nicht erwartet, aber... Herzlichen Glückwunsch. Wann, wann, wie weit ist es? Wann, wie lange ist es? Ach so. Morgen schon. Und Zwillinge? Ach nein. Ja, komme ich euch gerne zur Einwahlungsfahrt besuchen, ne? Ich sage, sehen wir uns morgen, ne? Okay. Hat mich gefreut. Ja, Peter. Bis später. Ach, der Peter. Immer wieder fünf Minuten Flausch zu haben, der Junge. Na, Gisela? Ja, ich habe gerade mit Paul geredet. Ja, freut mich über euren Nachwuchs. Ja, wir sehen uns morgen, ne? Okay. Freut mich zu hören. Tschüss. So schnell, so viele Freunde gefunden hier auf dieser kleinen Insel. Leute, wollt ihr auch Freunde finden? Dann schaut doch mal in die Kommentare, denn da bin ich die nächste Stunde aktiv und lese fleißig eure Kommentare, beantworte die oder lasst vielleicht das ein oder andere Herzchen bei euren Kommentaren. Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich das Spiel nochmal spiele, wir ein bisschen segeln gehen, denn lasst ein fettes Däumchen nach oben da, wenn ich seht, dass ihr da mega Bock drauf habt, dann werden wir das nochmal spielen. Dann werde ich mich vorher in einem Livestream ein bisschen vorbauen, ein bisschen hier ein bisschen erkunden, mich aufbauen und dann werden wir ein bisschen segeln. Wir segeln dann zur nächsten Insel, weil ihr sollt wohl mehr Inseln sein. Das ist so die Startlinse, wo man das Spiel so ein bisschen lernt, Tutorial-mäßig. Danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei meinem Kanal vorbei. Wenn ihr mich noch nicht kennt, drückt dann mal auf den Abonnieren-Button und schaut bei meinen anderen Gaming-Videos vorbei oder bei meinen Real-Life-Videos. Findet die direkt auf meinem Kanal, wenn ihr ein bisschen runter scrollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Hau da rin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey! Alle Edgar, hau ab da! Ja, ich schweiß, Palud ist aber gerade nicht hier. Ich weiß, dass du den suchst. Geh weg, Edgar. Komm, raus aus meiner Brude. Komm, Günther will da jetzt wieder schlafen. Edgar, raus jetzt! Ah!